Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Endlich sind die Server offline und wir werden uns das ganze gleich im Stream anschauen. Deshalb checkt doch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal. Dort werden wir über alle neuen Skins, alle Leaks, über die neue Map rüberschauen und werden natürlich, sobald die Server wieder online sind, auch alle spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und schreibt gerne mal eure Meinung dann auch zur neuen Season in die Kommentare. Gestern kam ich mir schon ein kleiner Teaser im Prinzip raus zum Battle Pass Trader. Das ganze wird heute sicherlich noch verbessert sein und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich im Stream.